MCJ, eine Alternative zu Castec und Jekyll & Hyde? Eine schnelle Frage, eine schnelle Antwort. Diese Frage bekomme ich so oft gestellt und auch ganz viele andere, die sowas machen wie wir, bekommen diese Frage. MCJ, eine Alternative zu Castec und Jekyll & Hyde? Schwer zu beantworten, Matze Schraub hat es, glaube ich, mal gesagt. Es ist auf jeden Fall vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ist die Castec und die Jekyll besser in meinen Augen, auch wenn sie teurer ist, weil du bekommst mehr für dein Geld. Der Sound ist besser, die Qualität ist besser. Und ganz wichtig natürlich, immer nur mit dem elektronisch verstellbaren Knopf, weil mechanisch ist einfach nicht mehr legal. Aber wenn du für wenig Geld im Grunde genommen eine Klappenauspuffanlage haben willst, um ein bisschen besseren Sound zu haben, dann taugt die MCJ auf jeden Fall auch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und bis zum nächsten Mal. Rock da bike!